Die Kilogramm Freistil stehen sich gegenüber für den Arzegutabtreiber Christoph Bielenski, für den KSV Haslach im Kinsigtal Mario Harter. KIP. Ja. KIP. Brenner, Brenner, komm. Hoi, 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 hoi! Mario, Versuch, tief bleib er! Versuch, der macht nur Beinangriff! Mario, versuch's rüber! Versuch's! Mario, versuch's! Mach's rüber! Mario, komm, mach's rüber! Hoi, hoi, hoi! Hoi, 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 hoi! Hoi, 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 hoi! Hoi, hoi! MammaDI!! Hoi, 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 hoi! Queen! Hoi! Hoi, 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 hoi! Hoi, 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 hoi! Technisch überlegender Punktsieger und Mario Hartag, KSV Haslach im Kinsen.